Jo Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FC Fabio und damit zum nächsten Matchetalk zu unserem Spiel bei Bayer Leverkusen, was am Sonntag um 15.30 Uhr in Leverkusen stattfinden wird. Und natürlich gibt es hierzu auch wieder einige Punkte und Statistiken zuzunennen, die ich rausgesucht habe und euch jetzt im Detail vortragen werde. In der Bundesliga trifft man zum 71. Mal aufeinander. Bisher gab es 27 Siege für Bayer, 25 Chemie und 18 Siege für Köln. Es trifft mit Leverkusen die stärkste Offensive, 20 Tore, auf die schwächste Offensive der Liga, nämlich Köln mit nur 4 Treffern. Mit 16 Punkten, 20 Toren und Platz 1 nach 6 Bundesligaspielen stellt Bayer Leverkusen neue Vereinsrekorde auf. Leverkusen gewann alle Heimspiele in dieser Bundesligasaison und erzielte dabei immer mindestens 3 Tore. Die letzte Heimniederlage gab es allerdings in der letzten Saison gegen den FC. Der 1. FC Köln gewann die letzten beiden Gastspiele in Leverkusen 1 zu 0 und 2 zu 1. Der 1. FC Köln ist in der Krise. So schlecht starteten die Kölner nur in die Spielzeiten 1992-93 und 2017-2018. Freunde, wie ihr seht, nicht so die berauschenden Statistiken auf Seiten des FC, auch wenn die letzten beiden Auswärtsspiele aus Köln sich da erfolgreich waren. Ich denke, aktuell spricht natürlich alles für den Gegner. So ehrlich muss man natürlich sein. Und die Entwicklung, die aktuell wirklich bei Leverkusen on top ist, auch so ehrlich muss man sein, liegt in Händen des Trainers und ist aufgrund des Trainers. Und der ist seit dem 5. Oktober 2022 im Amt. Wir reden natürlich von Xavi Alonso. Der 41-jährige Spanier hat sein Spielziel bei Leverkusen wirklich rasant ans Laufen gebracht. Und ja, man spielt schnellen Fußball, kombinationsstark, passsicher, auch sehr variabel. Größtenteils ist man im 3-4-2-1 aufgelaufen, hat aber in dieser Saison auch schon im 3-4-3 gespielt, im 4-2-3-1 gespielt, im 4-4-2 mit Doppel-6 gespielt. Also neben der Kaderqualität hat man halt auch eine absolute Variabilität, was die Spielsysteme angeht, was die Positionen und Möglichkeiten der einzelnen Spieler angeht. Und da muss man schon sagen, hat Alonso wirklich schon krasse Arbeit geleistet. Er übernahm Leverkusen ja in der Vorsaison auf Platz 17 zu dem Zeitpunkt, wo er übernahm. Und am Ende stand dann Platz 6, also erneut zur Europa-League-Qualifikation. In der Europa-League stand man auch im Halbfinale und ja, aktuell hat man halt, ja, eine grenzenlos perfekte Saison bisher gespielt, was soll ich euch sagen. Deswegen glaube ich einfach, dass Alonso ein Trainer ist, dem noch Großes bevorsteht. Ob das dann schon kommenden Sommer ist, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht bewerten, bin ich auch zu weit weg von. Ich glaube aber rein so von seiner Intelligenz, auch als Spieler früher selber, aber auch jetzt anscheinend als Trainer, glaube ich schon, dass er eventuell wirklich Ancelotti-Nachfolger bei Real Madrid werden könnte. Oder, was so einfach so ein Bauchgefühl von mir ist, könnt ihr auch gerne anders sehen, vielleicht sollte es, und aktuell sieht es ja nicht danach aus, mit Thomas Tuchel über Bayern scheitern, kann ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht auch beim FC Bayern interessant sein könnte. Aber, das sind alles Vermutungen, die wollte ich nur nochmal so äußern. Und ja, neben dem guten Trainer gibt es natürlich auch Spieler, die in einer sehr guten Mannschaft rausstechen. Und Player to Watch ist das Erste, wo wir drüber sprechen. Und beim Player to Watch kann man sich, finde ich, zumindest nur entscheiden für Viktor Boniface. Denn der 22-jährige Stürmer aus Nigeria ist einfach eine absolute Waffe mit 20,5 Millionen Ablöse. Für mich persönlich auch ein absolutes Schnäppchen, weil ich schon glaube, dass er ein kompletter Stürmer ist, dass er alles mitbringt. Er hat die Wucht, er hat die Schnelligkeit, er hat die Technik, er weiß, wann er wie zum Ball gehen muss. Er weiß, seinen Körper in jeder Szene einzusetzen und er ist halt einfach eiskalt. Er hat jetzt in allen drei Wettbewerben neun Spiele, acht Tore, drei Assists. Das ist auch eine überragende Quote, finde ich. Und ich glaube, ja, für Schick sollte der dann irgendwann mal wieder fit und gesund sein. Glaube ich, sieht der wenig Land gegen Boniface in Sachen Stammplatz. Weil der Mann ist halt wirklich einer, wenn nicht sogar vielleicht der Top-Deal der Bundesliga jetzt im vergangenen Transfersommer. Weil, wie gesagt, diese Ablöse ist auf jeden Fall für so einen Spieler bei den heutigen Preisen, finde ich zumindest, ja, ein Apfel und ein Ei, gefühlt. Dann geht es zum nächsten Spieler. Ich nenne ja einen zweiten. Außerdem zu nennen, habe ich mich entschieden für Grimaldo. Denn der spanische Linksverteidiger ist einfach ebenso eine Waffe wie Boniface. Er kam ablösefrei, jahrelang Führungsspieler bei Benfica Lissabon. Ist ein feiner Linksfuß, einer mit Offensivblut, der weiß, wie man mit dem Ball umgeht. Hat ja bereits zwei sensationelle Freischusstore erzielt. Und ich glaube, dass hier auch die Nationalität und der Trainer eine große Rolle gespielt hat, dass dieser Spieler sich dann letztendlich für Leverkusen entschieden hat mit 28. Klar ist man im besten Fußballer, Alter, ja. Dennoch muss man dann schon gucken, dass man dann vielleicht nochmal so den höchstmöglichen Step macht. Er hat sich für Leverkusen entschieden, was ich auch, muss ich sagen, ein bisschen überraschend fand. Aber ist auf jeden Fall ebenso ein Top-Deal. Da hat Leverkusen in diesem Sommer schon einige gelandet. Muss man zugeben, wie ich finde. Und nun gehen wir zu den Ausfällen. Wir fangen mit Leverkusen an, weil es schnell erzählt ist. Bei Leverkusen fallen Arthur, Fosu, Mensa und Schick aus. Mehr stand jetzt. Konnte ich nicht recherchieren. Könnte mich gerne korrigieren, falls da noch was dazugekommen ist. Und ja, beim FC ist die Liste auf jeden Fall etwas länger. Wie immer. Wir kennen es nicht anders. Ja, Luca Waldschmidt stößt dazu. Benno Schmitz. Jan Thielmann, Noah Katterbach nicht dabei. Flo Dietz und Marc Uth werden ihre Comeback-Möglichkeit in der U21 bekommen am Samstag. Lindenmeiner muss ja mit Rücken das Training abbrechen. Da wartet man noch ab. Da konnte man noch nichts Genaues sagen. Und Erik Martell sowie Matthias Ohlesen haben die ganze Woche voll trainiert. Ja, da wird man dann sehen, was Steffen Baum hat sich da überlegt. Ich hoffe aber, dass wir den Erik Martell jetzt nicht zu früh bringen. Wenn er dann nach der Länderspielpause gegen Gladbach spielt, dann wäre ich zumindest für meinen Teil damit auf jeden Fall sehr konform. Und neben den Ausfällen reden wir natürlich immer über meine Aufstellung. Ich habe es in den letzten Wochen so gemacht, dass ich es eigentlich eher so aufgestellt habe, wie ich vermute, dass Baumgart es tut. Mein guter Freund Taubi hat jetzt in seinem Vorschau-Video darüber gesprochen, wie er am liebsten aufstellen würde oder was so seine Wunschformation wäre. Was auch eher darauf bedacht ist, dass man mal ein bisschen tiefer steht und auch mal auf Konter spielt. Und so habe ich das Ganze auch jetzt angegangen. Ich habe so aufgestellt, wie ich mir vorstelle, wie der FC in Kontersituationen kommen könnte. Dementsprechend ist meine Aufstellung wie folgt. Ich habe im Tor natürlich Marvin Schwerber aufgestellt. Rasmus Carstensen gibt den Rechtsverteidiger, was zwar aufgrund Benno Schmidts Ausfall dann sein wird, wo ich aber auch sage, rein von der fußballerischen Qualität und im Tempo muss er eigentlich schon spielen. Hübers Schabot natürlich die Innenverteidiger. Paccarada auf links, bei dem es ja dann die Tage Gott sei Dank Entwarnung gab. Und jetzt kommt, wie der ein oder andere wahrscheinlich finden wird, die erste Überraschung in meiner Startelf. Ich habe mich auf der Doppel-Sechs entschieden für Lubicic und Christensen, weil ich der Meinung bin, dass gerade Christensen langsam mal die Chance verdient hat und er ja ein Spieler ist, der gute, lange Steckpässe spielen kann. Und das gerade, wenn wir in Kontersituationen kommen können für schnelle Außenspieler, ja, sehr gut und gefährlich dann werden kann. Deswegen habe ich mich hier für die erste Chance via Startelf für Jakob Christensen entschieden. Glaube zwar nicht, dass Steffen Mollmann das macht, wäre dennoch meine Wahl. Dann offensive Dreierreihe habe ich mich auf der rechten Seite für Ali Du entschieden. Ich gehe jetzt aktuell in dieser Formation davon aus, dass meiner zumindest nicht starten kann. Deswegen steht Ali Du auf der rechten Seite. Ich habe mich dann dementsprechend auf der 10 Mal für etwas anderes, nämlich für Denis Hussein Basic entschieden, weil wir schon in der letzten Saison gesehen haben, dass Denis einen guten Torriecher hat und ich glaube, dass er auf dieser 10er Position, ja, seine technischen Fähigkeiten viel mehr zeigen kann, als eben auf der 6er Position. Und auf der linken Seite, was ja eigentlich auch seine Stammposition ist, habe ich nämlich für Florian Kainz entschieden. Sollte Linden Meiner jetzt spielen können, dann könnte man Kainz natürlich wieder auf die 10 stellen, Linden dann auf links. Aber wie gesagt, ich habe jetzt hier erstmal ohne Linden geplant, dementsprechend Kainz auf links, Ali Du auf rechts und Hussein Basic auf der 10. Ja, Sturm, natürlich der Wieselke, das Ganze im 4-2-3-1, was für mich auch nur folgerichtig ist. Wir haben es im letzten Spiel gesehen mit Tigges und der Doppelspitze und dann gerade jetzt gegen den nochmal stärkeren Gegner Leverkusen als letzte Woche Stuttgart, gewinnst du da keinen Blumentopf. Deswegen ist das meine Ausstellung, bedacht auf etwas tiefer stehen, nicht allzu hoch anlaufen und auch mal versuchen, in die Kontersituation zu kommen aus eigener Sicht. Deswegen wäre das meine Wahl für unser Spiel. Bin gespannt, wie ihr das seht. Muss aber sagen, ich finde Taubis Variante mit dem 4-3-2-1 auch sehr, sehr interessant. Kann man auf meiner Meinung nach auch auf jeden Fall machen. Und ja, bin gespannt, wie ihr aufstellen würdet. Und wir kommen natürlich dann abschließend zu meinem Fazit. Freunde, was soll ich euch sagen? Es ist so, dass eigentlich alles für Leverkusen spricht. Für den FC spricht eigentlich nahezu nichts. Der Tabellenstand, die aktuelle Form, die Qualität, aber auch das Selbstvertrauen. Ich denke, dass für den FC unterm Strich hier leider nichts zu holen sein wird. Ihr wisst, ich versuche das immer nüchtern und ohne Fanbrille darzustellen. Ich denke jetzt dennoch nicht, dass wir jetzt hier 5-6-7-0 abgeschlachtet werden. So wie manch einer das in meinem letzten Video schon drunter geschrieben hat. Also ich glaube, so deutlich wird es nicht. Ich denke aber, dass Leverkusen sich dann am Ende unterm Strich 3-1 durchsetzt. Soviel auf jeden Fall zu meinem Tipp. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir diesen überragenden Lauf und diese auch mittlerweile Qualität, weil da viele gute Transfers aus Leverkusen sich gemacht worden sind im Sommer, dass wir das aktuell stoppen können. Hätten wir ein paar Punkte mehr und ein bisschen Selbstvertrauen, denke ich könnte man das Ganze etwas anders angehen. Aber so habe ich zumindest nicht viel Hoffnung. Sollte ich eines Besseren belehrt werden, freue ich mich natürlich dann umso mehr. Bin dann abschließend wie immer sehr gespannt, wie ihr das Ganze seht. Wie bewertet ihr die Transferphase allgemein Leverkusen? Was tippt ihr? Wie bewertet ihr unseren FC? Glaubt ihr, es ist sogar tatsächlich was möglich? Wie würdet ihr aufstellen? Und ja, neben diesen ganzen Meinungen würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo, falls ihr neu seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann am Sonntagabend zur Reaction auf das Spiel wieder. Euer Fabius Raus. Haut da rein und ciao.